Willkommen zurück zum nächsten Part von Super Castlevania 4, weil das zocke ich jetzt und das Spiel ist gerade ungelogen, das Spiel gerade wirklich einen Rutsch durch. Ich habe mir gerade überlegt nach dem Cut, ob ich jetzt weitermache oder nicht, aber ich habe gerade so eine Lust auf das Spiel gerade. Die Skripten auf Hals haben die Lust und ich dachte, boah, weißt du was, ich mache das Spiel jetzt durch. Weck mich. Ich habe so eine Lust. Lusti, lusti Laude. So, wir finden uns in der Höhle oder Keller von Castlevania oder der Grotte und was auch immer, wie das jetzt wir beschreiben können. Jedenfalls sehen wir hier die Abflüsse der Scheißhäuser der Untoten, die grünen Kacken und hast dich gesehen, grüner Dünnschiss. Aber jeje, das ist der ekligste Geschenk, kann uns die Tränen hindern. So, hier müssen wir aber wirklich aufpassen, denn die können böse sein, genau wie das da. Das kann, wir sind hier echt viel gefährdet von Instant Deaths. Hier kann man sehr schnell, wenn man nicht aufpasst, krepieren. Und das meine ich ernst. Hoppla, und weiter geht's. Der ist eklig, der stinkt. Jetzt rüber. Zack, zack. Hau ab, du hässlichen Schmörmelauge. Glotz, woanders hin. Was guckst du, Mann? Ey, woher guckst du? Ah, fuck. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Ich glaub, das reicht, wenn ich so schlage. So, ich muss hier grad'n bisschen still grad sein, weil ich hier das machen wollte. Uah. Ich wollte fast da in die Flammen reinjumpen von dem. Okay. Zack. Jaja, komm. Du kannst mich nicht aufhalten, mein Junge. Bin gut gelaunt. So. Ich glaub, ich kann mich mal hier erinnern. Früher bin ich oft hier gestorben, meine ich. Ob das heute da so der Fall ist, das weiß ich jetzt nicht. In jedem Fall muss ich hier sehr aufpassen gerade. Moment. Konnte ich nicht hier. Genau. Was ich auch nicht schlecht finde. Hier haben sie diesmal sogar mit den Schienen gemacht. Wunderbar. Und in den vorigen Kästler-Weer-Teilen auch, oder? Hm. Keine Ahnung. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Aber das sind fiese Dinger hier. Da muss man aufpassen jetzt. Vor allem dieser Schmörmel hier. Der sich mal gut verpissen kann jetzt mal. Danke. Ich geh mal kurz hier hin. Oh, ich hab den Dimmchen Dolch. Ui, toll. Kurz. Durchrennen, 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 lalalalala. So, die, lala, lala. Oh, ich hab mein Leben gekriegt. Ich hab mein Leben gekriegt. Hurra. Dafür blitze ich euch an der Abbruch. Aber das hat nicht ge... Ui. Komm her. Braver Kerl. Komm her. Meine Peitsche reicht bis dahin rüber. Komm. Vergiss es. Kann ich von hier aus treffen. Oh, nein. Hinterher. Nein. Okay, aufpassen wieder. Flups. Ja, toll. Ich treffe natürlich... Ah, 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 ah. Jetzt hier gibt es auch böses Schaden in dieser Grüne. Ich weiß nicht, was das sein soll. Säure vielleicht. Aber wir haben hier... Fleisch. Es geht wieder an hier gut. Ich habe Säureverbrennung, gibt mir Fleisch und es halt wieder. Ich ruppe einfach da Fleisch runter und knifze mich ans Bein, an den Oberschenkeln. Aber ich glaube, hier muss ich rennen. Warte doch, ne? Ja, hier muss ich rennen. Ich hasse das manchmal mit den Fehlermäusen. Fui Deibe. Okay, jetzt muss ich aufpassen hier, denke ich. Da macht einer hier im Hintergrund so einen komischen Dance. Das ist, glaube ich, jetzt die Folter-Cup-Ebene hier. Ja, toll. Ich werde von den hässlichen Medusa-Köpfen schon wieder verletzt. Das hat mich schon wieder aufregt. Oh, bist ruhig. Yeah, ja, aufgefangen. Was auch hier bemerkbar ist, man sieht hier an diesen Treppen dieses komisches Band. Das muss man ja eben aufstoßen, hast du gesehen. Kann man kaputt schlagen? Was das wieder bringt für den Sinn ergibt, kenne ich selber jetzt nicht. Man kann sich erstens selber verletzen damit. Das weiß ich nämlich. Au! Aue! Das war jetzt wieder mal zu voreilig. Von meiner Seite aus. Ich kann es nicht sein lassen. Mir egal. Au! Das habe ich jetzt nicht geachtet. Jetzt verstehe ich auch, wofür die gut sind. Um mich selber zu behumsen. Hä? Ich wusste jetzt nicht, ob man hier runter gehen kann. Ich bin jetzt gerade überfragt, war ich damals rechts runtergejumpt oder so? Ähm... Egal, ich nehme jetzt den Weg wieder. Ja, da war richtig, weil... Genau, ich habe den Fehler gemacht, bin dann wieder runtergejumpt, bin dann gestorben. Oder auch nicht. Egal. 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 Ich bin jetzt so den kleinen Schwägen weggegangen. Warum es sich einfach machen, wenn es noch schwierig geht? Hm. Es war umgedreht, aber... Reicht jetzt nur. La 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 la. Wer macht denn hier gerade wieder so diesen komischen Geräusch? Ich habe immer wieder gedacht über den Geräusch, wer ist denn da hier am rumkrauchen? So, ich bin gerade zu überlegen, wie bin ich nochmal da durchgegangen, ohne dass ich mich hier fast umgebracht habe. Ich konnte doch da durchkrauchen, ne? Weiß ich jetzt nicht. Egal, ich laufe einfach hier durch, jetzt gerade. Yay! Skled to dance! Yeah, yeah, yeah! Ich könnte es nicht sein lassen. Mein Faxen. Müsst ihr damit leben, ich mache gerne Faxen gerade. Ja, den kann ich es mir richtig erlauben, weil ich diese gerne Faxen mache. Und hoi! Hui! Yippie! Das da ist nicht EP! Du Sackgesicht! Okay. Lauf, 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 lauf! Meine Friste, jetzt weiß ich warum die... Jetzt werden die Levels fieser, man merkt es sogar. Ja, was soll ich mit den hässlichen Dolch eigentlich überhaupt immer? Unnützbarer Mist, der Dolch! So, hier laufen wir uns, machen wir uns ganz einfach, anstatt wie den Bekloppten hier durchzurennen. Wir laufen uns einfach ganz gelockert hier auf Knien hier rum. So, dann habe ich den Schinken mitgenommen. Und die Keule, eine Fleischkeule. Ich habe das Fleisch rausgehoben und auf meine Wunden gedrückt, um mich wieder zu heilen. Aber ich bin Simon Bellman und ich kann das! Oh Gott, da war doch eh... da fies das... Ah ja, ich erinnere mich wieder hier. Neckerhafte Stelle, die ich mich gehasst habe. Auch nur ein bissl. Ich bin mir jetzt gleich Keks hier. Hmm, hmmm. Hm, hmmm. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Warte mal. Ach, komm, den lieber mit. Oh, haha! So. Wow, 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 wow. Leute, ganz locker hier. So, was ist sonst hier? ich glaube hier war mischt auf frankensteins monster wir haben zwei was danach machen wir schafft aber nicht haha scheiße trifft mich trotzdem ja jetzt kann sie genau werfen aber du affe so nicht mein freund so nicht mit mir nicht ich mache es doch mal wieder hier manchmal klein wenig spannend ich habe schon voran muss ich sagen ich denke mal ich denke mich wird das spiel heute in einem rauch durchballern hoffe ich gebe mir bis dahin nicht mehr mein plapper zeug mehr aus aber will ich schon ein wenig kriegen so die schatzkammer draculas mit seinen werten die templar abend kaufen möchte auch eine kammer haben hallo ich gehe gleich mal runter im keller guck mal nach ob es sowas gibt auch mit der peitsche vor die vor die wand drauf auf den boden vielleicht passiert ja was und ein goldes kleid das ist auch nicht schlecht naja diesen teils haben ja nichts mehr im kopf die skelette ist alles weg der zum hat auch wieder ein bisschen aufwurmen ja komm ich krieg dich noch ich krieg dich noch keine angst dich krieg ich noch ich krieg dich noch ich muss erstmal hier den blöden kerl erwischen soll jetzt bist du dran mein freund der kerl die musik will mich ablenken hilf mir so da muss ich aufpassen und sagt zack zack usw jaaaa haaaa ha 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 vom wegen geschlafen jetzt gehts dir runter ich kann mich aber ich glaube ich kann mich erinnern will ihr Das ist doch eine ganz eklige Sache hier, ne? Auah. Ein bisschen brüchig hier. Puh. Da 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 da. Das ist aber ganz schnell gehe ich hier durch diesen kleinen Weg. Da 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 da. Au! Sackgesicht. Bing. Aber ich glaube, in dieser Stage macht es diese Stage so besonders. Dass es hier eine Ebene gibt, wo es nur Geldsäcke gibt. Deswegen heißt es ja auch Goldkammer. Aber du, ihr seht ja schon. Die kommen schon alle hier angewandelt. Und ich bin der Vollpfosten. Ich komme doch nicht mehr hoch, oder? Ui. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich müsste, glaube ich, noch... Nein. Scheiße. Ich hätte doch vorher... Komm schon. Komm schon. Ah, fuck. Warte mal. Ich komme trotzdem noch hoch. Oder auch nicht. Waa. Komm schon. Hier nicht auf den Keks. Du nervst. Du 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 du... Ja. Waa. Ja, komm. Ja, komm schon. Ah, egal. Nein, warte mal. Waa. Komm schon. Hahahaha. Ich habe es gesagt. Ich schaffe es. Ah. Ah, ha, ha. Oh, wo bist du nicht tot? Egal. Oh, 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 oh. Jetzt komm ich wieder rüber. Zack, kurz schmerzlos komm ich wieder rüber. So, die Stelle kenn ich sehr gut, weil die ist scheiße. Ich hoffe, jetzt passiert's nicht wieder. Ich hab das sehr gut noch in Erinnerung, was hier passiert. Eieiei. Lalalalalalala. Genau das meinte ich. Das ist mir immer passiert hier. Und ich hab doch... Das war ein Scherz, ey. Das ist voll fies. Wie weit würde ich in den zurückgeschlagen? Das ist ja echt gemein. Gemein. Gemein, gemein, gemein. Oh, geil. Upgrade. Ich kann nix dafür. Dieser Song macht mir auf. Ja, ich hör doch schon auf, Leute. Ich kann nix dafür. Ich kann nix dafür. Bitte vergib mir. Vergib mir nicht. Leck mich doch alle. Ich mach doch trotzdem. Ja, toll. Ich krieg die Knochen vor die Fresse, du Penner. Ich hab keinen Hunger. What the fuck? Wo kam der denn her jetzt? Drecksack. Jetzt ist das Spiel wieder an, unverschämt zu werden. Jetzt hängt's an. Da, 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 da. Ah. Tut mir leid. Ich kann nicht damit aufhören. Ich hab von dieser Musik in den Band gezogen. Egal. Jetzt laufen wir weiter und diese komischen... Ich weiß nicht, was das hier unten jetzt sein soll, ey. Schmörmelmonster, die sich beim Berühren auflösen. Hau ab, du. Warum denk ich immer, wir hier wär was? Okay. Dann macht's neugierig. Ja, komm, lass dich treffen. Nimm meine Axt, du Sackgesicht. Ja, komm, lass dich doch mal treffen. Danke. Oh Gott. Oh, 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 oh. So. Das wollte ich schon mal geklärt haben hier. Da, 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 da. Okay, jetzt wieder vorsichtig, vorsichtig. So, diesmal nicht, du Sackgesicht. Diesmal nicht. Schmörmel. Jetzt kann ich ja beruhig weitergehen. Kann ich hier... Kann man hier was abkratzen? Ich will mal was abkratzen. Und dann hau ich ab, dann scheiß ich auf Dracula. Danke Dracula, ich nehme mein Gold. Schau ab. Und goldene Flea-Mäuse, wie süß. Ja, da, sagt einer, Dracula ist eine arme Sau. Soll uns alle mal behaupten. Der hat... Der hat Gold, Kohle, wie sonst was, ey. Kann sich seine... Ewigkeiten, der Unsterblichkeit, sich ordentlich was leisten. Kann sich ordentlich Perlen holen. Die ordentlich... Richtig... Ähm... Danke. So. Ich hab schon wieder 99 Herzen, die ich grad wieder... Oba... Goldtreibsand. Ich bin da, wobei Duck. Juhu. Wee, wee. Schwimmengeld. Oh, fuck. Hap. Ui. Und... Uuuhu. Sack. Okay. Ich glaub, hier konnte man... Genau, hier konnte ich den blöden Kerl behumsen, ne? Haha. Ach komm, stirb. Ich mach selbst Mord. Immer mit. Dann nehme ich auch gut noch mit den Eintreffern noch. Gleich mit Leben. So, hier muss ich aufpassen. Weil hier kann man nämlich treffen. So, wohl nicht so. Ah, genau. Genau, hier fällt mir ein. Hier gibt's auch wieder... Wieder ein geheimer Ort. Hier zu finden. Da musstest du, glaub ich, hier hochgehen. Äh. Ne, der war der falsche. Kommt, der war der da oben. Komm, saug mich mal ein, du Vogel. Komisches Loch. Und weg. Ja. Und wir haben wieder einen geheimen Raum entdeckt. Zack, 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 zack. Nur der Ausgang ist klar. Das ist ja einer dieser hässlichen Löcher. Ja. Na, Vorsicht. Ah, scheiße. Ich bin nicht. Okay, das geht auch. Äh, pfeift drauf. Ich nehme den Boomerang jetzt. So. Und raus geht's wieder. Und tschüss, bis gleich. Komm wieder da. Jawoll. Zack. Wo will der denn jetzt denn? Oh, der kommt runter. Zack, 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 zack. Ja, das ist nicht mal los. Willi weitergehen. Lässt du mich los? Ähm. Na, der konnte mal gut veräppeln. Einfach hier hingehen. Einsacken. Hallo. Und tschüss. Und hör uns einfach freiwillig ab. Nimm den Freitod. Wart, einfach. Schau wieder weg, der Gegner. Weiß es nicht. So, ich glaub, hier ist der, genau, der besondere Geldsackraum. Nenn ich den. Weil hier wirst du nur von Geldsacken überhäuft. So. Das wäre mal ein guter Raum für, weiß ich nicht. Das wäre jetzt mal hier so, Super Mario Raum hier. So, für jeden, wie es mal so Sack One Ups so. Schau nur, du kannst auch nicht mehr zurück, weil wenn du, hier oben bleibst, bist du hier oben. Dann kannst du nicht mehr runter. Wenn du runterfällst, bist du tot. Instant Fläft. Verstehe ich auch nicht, warum die das hier eingebaut haben. Letzt hier, dieser Drache hier. Der ist Geldsack gefallen, wie sonst was. Ui, wieder ein Geld. Power Up. Level Up. Äh, One Up. Na. Ja, ja. Zack, zack. Und du gehst mir auch im Keksschmürmel. Zack. Und tschüss. Da ist er Platz für eine Seifenblase. hat er knochen gescheppert sagt 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 komm her und wir einsacken und geht's wieder ab lalala 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 ich höre schon wie auf ich hatte nicht aufhören den song ich merke das nicht mal selber mehr mann so jetzt müsste aber jemand aus der post kommen ja so wer kommt denn jetzt eine goldstaubfledermaus die uns verletzen kann wenn wir ihr staub unterhauen fallen die stäube runter und die können uns verletzen verstehe ich auch nicht warum einfach gut abstand nehmen immer drauf kloppen sagt 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 konnte mich damals nicht erinnern warum der mich kalt machen konnte damals jetzt abhauen wieder ja toll gebe ich ja sack scheiß flattermann wohl ist dass ich so eine teile aua ja jetzt kann er mich anpacken auf einmal war ja 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 komm geht euch selber anscheißen hier hässlichen feiermäuse ja ja kommt 3 auf 1 schlag oh schade da habe ich jetzt nicht drauf geachtet so früh mit der peitsche zugeschlagen ach ne ist ja schön oh man oh man what the f... waaah hmm das ist doch nicht mal service das ist doch nicht das ist doch nicht so dass